So Leute, heute soll es hier mal wieder um ein weiteres Geschenk gehen. Ich glaube sogar, dass es das letzte ist. Euch schon mal ein frohes neues Jahr, Leute. Viel Glück bei all dem, was ihr so machen möchtet. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, falls ihr neulich seid. Würde mich sehr, sehr freuen. Schreibt doch mal gerne in die Kommentare rein, was ihr so zuletzt gezogen habt. Oder bekommen habt hier aus den Geschenken. Ich habe jetzt auch gar keine Ahnung, was hier drin sein wird. Wir öffnen das Ganze jetzt hier mal ganz entspannt. Und ich bekomme... Äh... Was soll das sein? Die Star Wars Reihe? Hä? Was habe ich hier bekommen? Äh, Rückenaccessoire. Äh, okay. Ich glaube, das backt irgendwie. Wir klicken mal auf Ausrüsten. Mal schauen, wie das Ganze hier im Spind sich so darstellt. Ah, okay, okay. Es ist ja quasi wie das, was man kostenlos bekommen hat. Nur halt anders designt. Ah, okay. Okay, das gefällt mir. Viele haben mich auch gefragt, wie ich diesen 8-Ball-Skin so krass schwarz bekommen habe. Ich weiß es ganz ehrlich selber nicht. Also ich hatte den einfach. Ich glaube, das liegt am Level. Ich bin nämlich gerade Level 266 und angeblich ab Level 300 soll der komplett schwarz sein. Also wenn ich 300 erreichen sollte, werde ich dazu wahrscheinlich ein Video machen, falls es so sein sollte. Wenn nicht, dann keine Ahnung, wie das Ganze hier geht. Also ich habe einfach hier auf den Stil geklickt. Und dann war der nämlich hier so. Ah, jetzt wurde das Vorschaubild aktualisiert. Davor war das nicht so. Seht ihr das hier? Das ist hier so rot. Das war davor auf jeden Fall nicht so. Okay. Okay. Und falls ihr es auch noch nicht wusstet, Leute. Ich habe einen zweiten Kanal. Der heißt Ferios Live. Dort bin ich immer live. Könnt ihr gerne abchecken. Oben rechts auf das i klicken. Wir sind kurz vor den 2000 Abonnenten. Wenn wir das jetzt noch vor 2020 schaffen, wäre das mega, mega heftig. Und dann würde ich sagen, das war es mit einem kurzen Video.